Was ist eine Anlaut-Tabelle und wie hilft sie mir? Ela liefert sich heute ein Wettrennen mit ihrem Freund Wali. Wer zuerst am Nordpol ist, gewinnt. Auf die Plätze, fertig, los! Nach einem rasanten Start liegt Ela in Führung. Doch, was ist das? Wali erzeugt eine riesige Welle. Wie gemein! Aber Ela lässt sich davon nicht beirren und nutzt die Welle zum Surfen. Nanu? Wo ist Wali denn auf einmal hin? Ela steigt auf Shia um und versucht damit schneller am Ziel zu sein. Ob sie es schafft? Geschafft! Ela hat als erste das Ziel erreicht. Jetzt muss sie zum Beweis nur noch eine Fahne mit ihrem Namen aufstellen. Die Fahnenstange ist zum Glück schon da. Kannst du Ela helfen, ihren Namen auf die Fahne zu schreiben? Wenn du wissen willst, wie ein Wort geschrieben wird, kann dir eine Anlaut-Tabelle helfen. Ein Anlaut ist der erste Laut eines Wortes. Findest du heraus, mit welchem Anlaut das Wort Schere beginnt? Das Wort Schere beginnt mit einem Sch. In einer Anlaut-Tabelle findest du viele verschiedene Anlaute mit einem passenden Bild dazu. Die häufigsten Laute stehen meist weiter oben. Hier findest du zum Beispiel die Selbstlaute. Die Selbstlaute können lang oder kurz klingen. Darum sind bei den Selbstlauten auch zwei Bilder zu sehen. Wie sprichst du zum Beispiel dieses Wort aus? Das E am Anfang des Wortes wird hier lang gesprochen. Und wie sprichst du dieses Wort aus? Hier wird das E am Anfang des Wortes nur kurz gesprochen. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Welches Wort zeigt dieses Bild? Es ist ein Fisch. Sprich dieses Wort mal ganz langsam. Fisch. Der Anlaut von Fisch ist ein F. Hier ist das große F. Und hier ist das kleine F. Beachte, dass nur Satzanfänge und Namenwörter am Anfang großgeschrieben werden. Wenn du wissen willst, wie ein Wort geschrieben wird, sprichst du es zunächst ganz langsam aus. Wir wollen den Namen Ela schreiben. E-la. Der erste Laut ist E. Versuche jetzt ein Bild zu finden, das zu diesem Laut passt. Wolke? Nein. Maus? Nein. Esel? Ja. Der erste Buchstabe ist also ein E. Weil es ein Name ist, schreiben wir den ersten Buchstaben groß. Schauen wir weiter. E-la. Welches Bild passt zu dem Laut L? Oma? Nein. Raupe? Nein. Löwe? Ja. Der nächste Buchstabe ist also ein L. Wir nehmen das kleine L. Und wie geht es weiter? E-la. Welches Bild passt zum A? Sonne? Nein. I-gel? Nein. A-meise? Ja. Wir nehmen auch hier den kleinen Buchstaben. Überprüfe, ob das Wort schon fertig geschrieben ist. I-la. Ja. Du hast alle Buchstaben geschrieben. Lass uns noch eine Übung machen. Welches Bild passt zu welchem Anlaut? I-E-F. Das I passt zu I-gel. Das E passt zu Esel. Und das F-f passt zu F-fisch. E-la hat mit deiner Hilfe ihren Namen auf die Fahne geschrieben und ist stolz, dass sie als Erste am Ziel war. Aber war sie das wirklich? Schnellig.